In meinen Kommentaren und im Discord-Server ist immer wieder die Rede vom Popoist, das habe ich auf meinem Kanal bisher noch nicht behandelt. Sie beschreiben hier, dass es ein Betriebssystem für STEM und kreative Berufler ist. Ich wusste nicht, was STEM bedeutet, habe es nachgesehen. Science, Technology, Engineering and Math, also Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und angewandte wissenschaftliche Mathematiken. Das klingt schon einmal sehr cool, da scheint also eine ganze Menge in diesem Betriebssystem dabei zu sein. Wird entwickelt, gewartet und herausgebracht von einer Firma, die sich System76 nennt, System76. Auf dieser Webseite wird auch kurz beschrieben, was so wichtige Features oder herausstehende Features von PopOS sind, was nichts weiter als führende Features von Gnome 3 sind. Hier wird von den Workspaces, also diese Desktops, wird hier gesprochen, das Kacheln mit PopOS und so weiter. Hier wird auch nochmal beschrieben, was da alles so mit dabei ist für die einzelnen, auch möglicherweise wissenschaftlichen Bereiche. Deep Learning, TensorFlow, ich habe damit nichts zu tun. Engineering, also auch Softwareentwicklung, Visual Studio Code, Postman für API-Testen und so, Android Studio. Medienproduktion, also wenn du in dem Bereich tätig bist, Blender, DaVinci Resolve, OBS und Bioinformatics, also wenn du in dem Bereich tätig bist, wirst du sicherlich vielleicht einige von diesen Tools so kennen. Und was ich auch interessant fand, ist, dass System76 selber PCs herstellt, beziehungsweise zusammenbaut, das PopOS vorinstalliert und diese dann verkauft. Da werde ich gleich auch noch kurz drauf zurückkommen. Interessant ist dieses Feature hier, in dem sie beschreiben, dass Systemverschlüsselung in PopOS auf einem Gerät, was du von System76 kaufst, direkt mit dabei ist. Und sie beschreiben, dass es so funktioniert, wenn du den Computer einschaltest und den einrichtest, dass erst dann ein privater Schlüssel erstellt wird, um die Daten auf dem Gerät zu verschlüsseln. Sehr interessanter Aspekt, das bedeutet also, dass sie wissen, dass die Daten verschlüsselt werden, sind aber nicht in der Lage, an diesen Schlüssel ranzukommen, weil dieser erst erzeugt wird, wenn du selber das Gerät physikalisch da hast und einschaltest. Sehr cool. Auch interessant ist, dass PopOS, wenn du nicht einen solchen Computer hast, dir bei der Installation vorschlägt, die Festplatte zu verschlüsseln. Das werde ich dir gleich auch nochmal zeigen. Ansonsten wird hier auch nochmal erklärt, dass es mit den meisten Programmen kompatibel ist, die es so gibt. Steam, Chrome, Firefox und so weiter. Hybrid Graphics fand ich auch interessant. Habe jetzt momentan leider keine Möglichkeit, das wirklich direkt zu testen, da ich nur eine Virtual Box hier habe. Ich gehe aber mal davon aus, wenn du jetzt einen Computer hast mit zwei GPUs, wie zum Beispiel Intel oder Nvidia, dann wirst du damit direkt in der Lage sein, zu sagen, dass ein Spiel auf einer gewissen Grafikkarte laufen soll. So ein bisschen wie Optimus Hardware oder so. Sehr cool. Wenn ich es könnte, würde ich es dir zeigen, aber ich habe keine solche Maschine, die es momentan kann. Ansonsten Gaming, die üblichen Verdächtigen, Steam, Lutris und so weiter, alles mit dabei. Das restliche Zeug ist ganz normal, das, was du auch von GNOME 3 so kennst, hier mit dem Dark Mode. Kannst du auf der Webseite auch einschalten, ein cooles Gimmick. Also das ist erst einmal die Webseite zu Pop.OS. Wir könnten mal ganz kurz auf die Gerätschaften schauen, die ich erst einmal so interessant finde. Wir haben hier Laptops von System76, gibt es in drei Konfigurationen. Ja, hierzu 14 Zoll und so. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die Spezifikationen eingehen. Nur, was mich ein bisschen stört, ist, wenn man ein Open-Source-Betriebssystem auf einem solchen Gerät anbietet, finde ich, sollte das auch einigermaßen erschwinglich sein und sich nicht unbedingt im Apple-Bereich aufhalten, sage ich jetzt mal. Der günstigste Laptop hier ist mit einem 4-Kerner, zehnten Generation Intel, bis hin zu 40 GB RAM und bis zu 4 TB. Ja, wir können jetzt mal sagen, designen bei, wenn wir uns den jetzt mal kaufen wollen würden. Du kannst auch aussuchen Ubuntu oder Pop.OS. Man muss dazu sagen, Pop.OS ist auf dem Ubuntu aufgebaut. Kannst ein bisschen die Prozessoren ändern. Wir sehen jetzt mal den teureren hier. 40 GB RAM, bitte. Ein 2 TB NVMe, ist ein bisschen wie ein SSD, nur kleiner. So, und noch eine 2 TB, bitte. Besseres Wi-Fi und Bluetooth. Bildschirm nehmen wir auch noch. So, 65 Watt Charger und externes USB-Drive. Sehr gut. Hier kommen die, nehmen wir auch alle mit. Drei Jahre Garantie. Drei Tage zusammenbauen und ein Shipping-Label. So, wo sind wir? 4.645. What? Wow. Wow. Also ich finde, das ist doch ein bisschen teuer, wenn wir hier wieder zurückgehen auf Laptops. An sich, die Geräte sind nicht schlecht. Ich könnte es mir jetzt nicht leisten, muss ich sagen. Selbes bei den Desktops, die natürlich super geil aussehen. Das sind schon stylische Kisten. Wir nehmen jetzt einfach mal die Telio hier und gucken ein bisschen rein, was für eine Konfiguration hier zur Verfügung steht. Ein AMD Ryzen oder Ryzen, ich weiß nicht wie das heißt. Farbe aussuchen und so weiter. Also die Basis-Konfiguration kostet schon 899 Dollar. Okay. Nur mit dem, was du so kriegen kannst, ohne es aufgewertet zu haben. Der einzige, der möglicherweise ein bisschen erschwinglich ist, ist der Mini. Wenn man den jetzt überhaupt nicht ändert, dann kostet der 479 Dollar, was ich aber für eine solche wirklich kleine Kiste doch schon ziemlich teuer halte. Ja, das ist erstmal so mit der Webseite an sich. Gucken wir uns mal die Installation und das System selbst an. Da sind wir in der Live-Umgebung. Ich musste vorher ein bisschen die Bildschirmauflösung ändern, damit das Ganze einigermaßen sichtbar ist. Der Installer an sich scheint eine eigene Geschichte zu sein. Schaut jetzt nicht so aus wie der von Ubuntu oder so. Deutsch kannst du hier auswählen. Select ist ein bisschen so ein Mischmasch, so ein sprachliches Potpourri. Hier sagen wir auch nochmal auswählen. Deutsch, alles klar. Standard auswählen. Bups. Clean Install sage ich jetzt mal in dieser Virtual Machine, wie ich ja immer zu sagen pflege. Auf einem realen Computer musst du gucken, dass du da die richtige Festplatte auswählst, beziehungsweise auch die richtige Partition, um Datenverlust zu vermeiden. Bitte auch vorher deine Daten sichern, solltest du es auf einem realen Computer installieren, weil das soll ja nicht im Tal der Tränen enden. So, ich sage hier in der Virtual Box Clean Install. Also, da ist sowieso nichts drauf. Alles löschen. Pop installieren. Eine Festplatte auswählen. Zack. Ich sage löschen und installieren. Jetzt wird mir hier schon direkt ans Herz gelegt, diese Installation bitte zu verschlüsseln. Steht hier auch Encrypting this device protects data from being read by others with physical access to this device. In anderen Worten heißt das, sollte deine Maschine mal von einem Langenfänger geschnappt werden, wird er keinen Zugriff auf die Daten erhalten. Auch Datenforensiker werden ein ganz schweres Leben haben, sollten sie dann diese Festplatte versuchen zu entschlüsseln. Vorausgesetzt, du benutzt ein kryptografisch sicheres Passwort, was ich dir an der Stelle auch ans Herz lege. Das kann ein Satz sein oder etwas, was leicht zu schreiben ist, aber unglaublich schwer zu knacken. Da ist deiner Fantasie freien Lauf gesetzt. Ich kann dir mal so ein paar Sachen verlinken. in der Infobox über sichere Passwörter. So, ich sage Choose Password. Jetzt steht hier noch, das Passwort solltest du nicht vergessen. Solltest du es vergessen, kann man die Daten nicht zurückholen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Alternativ dazu hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, hier zu sagen, Don't encrypt, also nicht verschlüsseln. Das will PopOS ja gar nicht. Set Password. Das war es auch schon mit dem Installer. Also recht einfach, recht komfortabel gehalten. Geht auch sehr schnell. Einfach abwarten. Ich bin gleich wieder zurück. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, ob du PopOS benutzt, was du davon hältst und wie es dir gefällt. Und wenn dir Videos dieser Art gefallen oder meine Videos insgesamt, dann klick einfach den Abonnieren-Button. Kostet nichts. Und wenn du über neue Uploads von mir informiert werden willst, dann drückst du einfach die Glocke. Dann verpasst du gar nichts mehr. Wie dir vielleicht gerade bei dieser Installation aufgefallen ist, wird dort kein Nutzer angelegt. Das passiert erst hinterher. Nach dem Neustart können sie einen neuen Benutzer einrichten oder erledigen dies später, wenn sie jetzt herunterfahren. Wir sagen aber direkt Gerät neu starten. Volles Risiko. Passwortabfrage, um die Festplatte zu entschlüsseln. Das ist der erste Start in das PopOS. Fest, die Auflösung ist hier ein bisschen klein. Das werde ich gleich regeln. Das habe ich vorhin herausgefunden, wie das geht. Hier erstmal weiter. Deutsch. Alles klar. Schon alles richtig. Texteingabe. Datenschutz. Ortungsdienste. Wie bei GNOME 3 kannst du entscheiden, ob du das anmachen willst oder nicht. Zeitzone kannst du dir auch festlegen, falls die falsch erkannt wurde. Im meisten Fall stimmt es aber. Verbinden sie ihre Online-Konten wie bei GNOME 3. Weil es ist GNOME 3. Kannst du hier was verbinden oder nicht. Ist dir überlassen. Ich sage überspringen. Und jetzt kann ich meinen Benutzer hier erstellen. Das ist natürlich auch gleichzeitig der Root-Benutzer. Benutzername. Alles soweit richtig. Ich erstelle natürlich ein Passwort. Auch an dieser Stelle empfehle ich dir, ein kryptografisch sicheres Passwort zu wählen. Das siehst du anhand des Balkens, der hier erscheint, ob dein Passwort sicher ist oder nicht. Es ist schon ziemlich sicher, aber hier steht noch weitere Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen werden es noch sicherer machen. Wobei dieser Länge schon recht sicher ist. Also ich glaube nicht, dass es noch einen großen Unterschied macht, wenn du da jetzt noch irgendwas dran hängst. So in dieser Länge würde ich dir empfehlen. Etwas, das du dir leicht merken kannst, aber für andere unglaublich schwer zu knacken. So, weiter. Alles erledigt. Pop-Boys starten. Da sind wir jetzt im Desktop. Ich werde einmal kurz die Guest-Editions installieren, damit wir die volle Auflösung haben. Hier wollte ich ganz kurz anmerken, wenn du die VirtualBox Guest-Editions direkt von der ISO installierst, wird es sofort funktionieren, denn die Kernel-Header und alles was erforderlich ist, ist bereits installiert. Du brauchst also hier gar nichts weiter tun, nur die ISO einlegen und die Module für VirtualBox können direkt gebaut werden. Es wird auch gleich ersichtlich, dass wir einen Kernel 5.4 haben. Also eine recht aktuelle Geschichte. Hat mich sehr positiv überrascht. VirtualBox Guest-Editions funktionieren super. Ich habe jetzt auch die volle HD-Auflösung und was soll ich jetzt großartig sagen, es ist GNOME 3, da gibt es jetzt gar keine weiteren Sachen zu besprechen. Eine Sache wird dir aber vielleicht auffallen, der Standard-Schriftsatz ist geändert worden zu dem, den Pop-OS bzw. System76 gerne in ihren Systemen verwenden möchte. Finde ich völlig okay, weil den Standard-Gnome-Schriftsatz, den kann ich sowieso nicht ausstehen. Als nächstes fällt dir auf, hier in der Mitte, hier steht 4. Juli, 9.45 Uhr nachmittags. Tatsächlich ist es 21.45 Uhr, das ist nicht nachmittags, sondern doch schon abends. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten, zumindest hat man mir das so beigebracht. Genau, genau. Das möchte ich gerne ändern, das werde ich auch gleich zeigen, wie es geht. Ansonsten ein Klick darauf zeigt den ganz normalen Kalender und hier haben wir auch sonst nichts weiter Besonderes, wie es so bei GNOME 3 der Fall ist. Aber in den Einstellungen kann man das direkt schon mal ändern. Hier, da gucken wir gleich mal rein. In den Einstellungen, das ist etwas weiter unten mit Datum und Zeit. Ups. Zeitformat AM, PM oder 24 Stunden, das möchte ich bitte ändern. Du siehst jetzt hier oben, das hat sich geändert. Und standardmäßig wird in diesen Fenstern der Dark-Mode angesetzt. Der dunkle Modus kannst du hier in Darstellung natürlich auch ändern, wenn du willst. Hier Dark oder Light, denn beim hellen Modus sieht es halt so aus. Jetzt gucken wir mal auf die mitgelieferten Apps, hier Aktivitäten und dann die Punkte. Was haben wir denn mit an Bord? Gar nicht so viel, es ist also überhaupt nicht so überladen, wie man vielleicht glaubt. Es ist eigentlich eher ein ausreichendes Set an Apps, die mir persönlich extrem zusagen. Also, dass da nicht mehr dabei ist, finde ich gut. Das kann man sich ja dann selber aussuchen. Natürlich, der Nautilus, ja, Settings. Firefox, standardmäßiger Browser. Giri für E-Mails. Der Kalender, der dabei ist... Der normale Kalender bei Gnome 3. Kontakte natürlich auch, LibreOffice ist mit dabei. Bei den Systemtools haben wir hier Festplattenbelegungen, Laufwerke, der Taskmanager und so weiter. Also auch das übliche Zeug, Taschenrechner, Terminal, der normale G-Edit, Utilities haben wir noch hier, den Unsipper, Bildbetrachter. Jetzt ist mir hier aufgefallen, zum Beispiel Eddy. Das ist eigentlich ein Tool, das ich persönlich jetzt nur von Elementary OS kenne, was dort zum Beispiel genutzt werden kann, um .dep-Dateien zu installieren, die beispielsweise nicht in den Repos vorhanden sind, wie zum Beispiel Bitwig Studio oder so. Da gibt es eine .dep-Datei, mit Eddy kann man diese dann bequem installieren. Das fand ich interessant, dass das dabei ist. Das habe ich so bisher noch nicht in einer Ubuntu-basierten Distro gesehen. Also für mich persönlich ist es jetzt die erste, die es hat. Vielleicht haben das andere auch, das weiß ich nicht. Bildschirmfoto schaut auch so aus wie das Ding von Elementary. Das ist auch tatsächlich der Fall. Super interessant, was haben wir noch? USB-Flasher, auch cool. Betriebssysteme auf dem USB-Stick bringen und so, geil. Also dieses Set an Tools, wie gesagt, finde ich spannend. Und natürlich eine ganz normale Wetter-App. So, jetzt gibt es noch ein Ding hier, das heißt Popshop. Den öffne ich jetzt einmal. Was sehe ich denn hier? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein Video gemacht zu einer Woche mit Elementary OS. Dieser Store hier sieht verdammt nach genau dem Store, den man im Elementary OS hat, auch aus. Mit sogar exakt den gleichen Grafiken, die hier verwendet werden. Oben gibt es jetzt ein paar ausgewählte Apps für PopOS. Ja, da haben wir Atom, Melt, MetaMost, Slack und so weiter. Da klicke ich jetzt mal drauf bei Atom und bekomme hier auch ein Screenshot, so wie es tatsächlich bei Elementary auch der Fall ist zu sehen. Und mit einem Unterschied, natürlich sind hier die Apps, die es bei Elementary gibt, für die man zahlen müsste, beziehungsweise diese von Hand kuratierten Apps für Elementary fehlen hier natürlich, ist ja klar, PopOS. Einen Bezahl-Button sehe ich natürlich entsprechend hier auch nicht. Soll man natürlich kostenlos halten. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf Atom. Habe jetzt hier die Information, 123 Mega und jetzt kann ich hier auswählen, wo ich das gerne herhaben möchte. PopOS oder ein Flatpak. Wie du das jetzt installieren willst, ist deine Entscheidung. Standardmäßig ist bei den meisten, die ich in dem Test von vorher gesehen habe, ist hier das Depp ausgewählt. Es sei denn, es geht nicht anders, dann ist hier das Flatpak ausgewählt. Je nachdem, wie du dazu stehst, kannst du das entscheiden, wie du möchtest. Nur hier sei gesagt, dass es hier einen signifikanten Unterschied beim Festplattenspeicherverbrauch gibt. Wenn du dir die ganz normale Depp aus den Repos hier installierst, sind es 123 Mega. Beim Flatpak hier sind es dann schon bis zu 1,2 Gigabyte für einen einfachen Code-Text-Editor. Das solltest du natürlich unbedingt abwägen, wenn du dir solche Tools als Flatpak installierst, weil diese im meisten Fall exorbitant mehr Speicherplatz auf deiner Festplatte verbrauchen, als es die normalen Repo-Apps, sag ich mal, tun. Wenn du jetzt aber auch jemand bist, der sagt, okay, pass auf, den Atom, den brauche ich auf jeder Plattform, egal wo ich bin, ob ich jetzt auf Ubuntu, Pop, Debian oder so bin, ich brauche dieses Flatpak, dann okay, dann ist es sicherlich für dich interessant, aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Also wenn du jetzt nur auf dem PopOS bleibst, dann würde ich dir auch die Depp-Version empfehlen. Ansonsten gibt es hier zu diesem Store nichts weiter zu sagen. Bei Installiert-Tab siehst du natürlich, welche Apps du hast und hier werden dir auch mögliche System-Updates angezeigt und hier kannst du diese auch installieren. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Nvidia-Treiber oder AMD und so weiter, sie werden dann hier angezeigt. Okay, cool, dann haben wir das schon mal geklärt. Terminal ist zwar das Genom Terminal, auch hier eine spannende Ähnlichkeit zum Elementary OS mit dem Farbschema, auch spannend. Und uname-r wäre, wie gesagt, Kernel 5.4, sehr interessant. Ich fand es auch spannend, dass sich in den Repos relativ aktuelle Softwarepakete aufhalten, wenn ich zum Beispiel jetzt nach dem Blender suche, apt-search-blender, dann finde ich hier den 2.82. Wow, das ist schon ziemlich aktuell, sehr geil. Und genauso auch mit dem GIMP, wenn ich sage apt-search-GIMP, haben wir hier, muss ich ein bisschen hochrollen, GIMP 2.10.18. Das ist schon ziemlich aktuell. Noch ein, apt-search-Wine. Wir gehen mal gucken, was steht hier. Wine 32 und 64 sind die wichtigen. Haben wir 5.0. Also auch eine relativ aktuelle Version. Ich bin doch recht überrascht, dass wir hier solche aktuellen Tools beieinander haben. Das finde ich spannend. Ja, weiter so. Daumen hoch auf jeden Fall. Interessant ist, die Tools lassen sich natürlich auch in dem Store hier suchen. Da haben wir den GIMP. Aber hier kommt es aus dem FlatHub mit 1,7 GB. Das ist ja nicht das, was ich will. Da solltest du vielleicht doch mal nachsehen, ob es gewisse Tools hier über apt im Terminal gibt oder in dem Store. Und es scheint dort tatsächlich doch Unterschiede zu geben, was mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich mache den selben Test jetzt mal hier mit dem Blender. Ja, da habe ich ihn. Ich habe zwei Versionen. Zweiter ist der aus dem FlatHub, 772 MB. Und der erste ist die Ubuntu-Version mit 119 MB. Interessant. Und da sollte man vielleicht noch ein bisschen an einer konsistenten Linie arbeiten, dass das durchweg ein und dasselbe ist. Egal, ob ich jetzt hier im Terminal danach suche oder hier im Store. Da könnte man ein bisschen durcheinander kommen, finde ich. An der Stelle ist es vielleicht meine Empfehlung, das doch eher über das Terminal zu installieren. Wir gucken mal. Also, sudo apt install gimp. Jawohl. Das sieht mir jetzt ehrlich gesagt nicht nach einem Flatpack aus. Hier werden die ganzen Libraries alle installiert aus dem Repo. Das würde ich dir auch entsprechend empfehlen, das zu tun. Weil je nachdem, wie du zu Flatpack oder Snap stehst, kannst du das natürlich tun, wenn du massiv Speicherplatz hast. Ich bin da jetzt nicht so ein großer Fan davon und dabei möchte ich es auch belassen. Bei der Installation von PopS wurde ich ja gebeten, die Installation zu verschlüsseln. Das habe ich ja dann auch getan. Ich habe mich gefragt, wie sieht das Ganze dann aus. Das ist ein DF gibt die Antwort darauf. Die gesamte Festplatte, wenn du das so im Setup ausgewählt hast, wie ich das vorhin auch getan habe, wird dann tatsächlich verschlüsselt. Dieser Eintrag hier, dev mapper data root slash. Da ist alles drauf und das ist auch der gesamte verschlüsselte Inhalt. Sehr interessant, sehr cool. Hätte ich im Übrigen auch so gemacht. Es gibt noch eine EFI-Partition. Das ist diese hier. Die SDA1 mit dem Slash Boot. Gut, ansonsten ist das gesamte System verschlüsselt. Sehr geil. Ich bin sehr erfreut. Ansonsten kann ich zu PopOS so nichts weiter sagen, denn es ist ein GNOME 3 und verhält sich ansonsten genauso, wie es ein Ubuntu oder so auch tun würde. Mit ein bisschen aufgepftem Desktop und ein paar Tools, die dort entfernt wurden und Tools, von denen man denkt, die sind sinnvoll für eine Standardinstallation. Ich teile diese Meinung und damit bin ich jetzt erstmal soweit mit diesem Video durch. Wie gesagt, du kannst mir ja in die Kommentare schreiben, ob du PopOS verwendest, ob es dir gefällt und was du davon hältst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir mal einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es gleich zwei weitere Videos auf der linken Seite. Auf der rechten Seite kannst du diesen Kanal oder den Musikproduktionskanal von mir, den Marco Sonic, abonnieren. Und wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.